Ich erinnere mich an die Geschichte einer dunklen Fee, die die Prinzessin dazu verfluchte, ewig zu schlafen. Die Geschichte wurde zur Legende. Und doch ist dies kein Märchen. Viele machen sich die Arglosen zu ihren Opfern. Das seht ihr doch sicherlich genauso. Wüsste ich es nicht besser, würde ich meinen, dass sie uns droht. Und tut ihr es? Tue ich was? Es besser wissen. Was hast du getan? Maleficent. Mächte der Filsternis. Beide. 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 Vielen Dank.